Geld beschaffen, es ist immer da, wenn man es braucht. Geld beschaffen, das ist heute eigentlich nur noch einfach, wenn Sie selbst eine Bank haben. Denn dann können Sie einfach bei Vater Staat betteln gehen und bekommen aus allen möglichen Rettungsschirmen die Steuergelder nur so hinterhergeschmissen. Was aber, wenn Sie als simpler Otto-Normalverdiener Geld beschaffen müssen? Dann bekommen Sie von den selben Banken in der Regel die kalte Schulter gezeigt. Lassen Sie sich das nicht mehr gefallen. Lernen Sie ein System kennen, mit dem Sie auch ohne diese zwielichtigen Bänke an Ihr Geld kommen. Und das ohne, dass Sie gleich einen Überfall bei eben diesem Geldinstitut planen müssen. Egal, wofür Sie Geld beschaffen wollen oder müssen. Ich zeige Ihnen einzigartige Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei kann Ihnen auch Ihre negative Schufa-Auskunft kündig nicht mehr ins Gehege kommen. Es wird vielmehr ganz einfach für Sie sein, trotz Ihrer miesen Schufa Geld beschaffen zu können. Ohne Banken, ohne Sparkassen. Sie wollen sich selbstständig machen und müssen deswegen Geld beschaffen? Natürlich könnten Sie deswegen zu einer Bank gehen. Aber vielleicht sollten Sie auch einmal die Alternativen in Betracht ziehen, die Ihnen in diesem wirklich einzigartigen Ratgeber zusammengestellt habe. Denn gerade für Existenzgründer ist es wichtig, sich so wenig wie möglich von anderen abhängig zu machen. Etwa von besagten Banken. Denn diese Banken schlagen gnadenlos zu, wenn es bei Ihnen wirtschaftlich vielleicht mal nicht mehr so rund läuft. In solch einer Situation werden Sie froh sein, wenn Sie sich rechtzeitig Geld beschaffen konnten, ohne dass jetzt irgendwelche Gläubiger auf der Matte stehen. Von der Wiege bis zur Bahre sind wir heutzutage gezwungen, jederzeit Geld beschaffen zu können. Und von diesem Zwang leben Geldinstitute wie die Maden im Speck. Steigen Sie aus diesem Sklavenhalter-System. Lassen Sie sich von mir zeigen, wie Sie auch ohne Banken und Sparkassen legal und zuverlässig Geld beschaffen. Realisieren Sie damit Ihre unternehmerischen Investitionen. Steigern Sie dadurch die Liquidität Ihres Unternehmens. Vermeiden Sie künftig finanzielle Engpässe. Und legen Sie die Grundlagen dafür, dass Sie künftig Ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit problemlos nachkommen können. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de oder auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos den direkten Link dorthin. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher.